Jo, hallo liebe Seher von KryptoTV, hallo korruptes und vertrotteltes Österreich und natürlich auch Freundschaft allen neuen Neo-Stalinisten, Neo-Maoisten und ja, ihr wisst schon, dem ganzen kommunistischen Pack, will ich jetzt nicht sagen, also diesen tollen kommunistischen Mitmenschen, die in der Schnöselstadt Salzburg jetzt quasi wieder ein feindes Proletariat wollen, jetzt wo wir einen Fachkräftemangel haben und keiner auch kriegen will, finde ich das grundsätzlich toll. Egal, wir stehen, wie man am kleinen Banner sehen kann, hier vor der digitalen Welt des Küchern, wo ich letztens mit dem Roman war, um einen Akku zu bestellen. Ihr wisst ja, er hat am Wochenende, sprich am 30., also am Tag der Gedenkfeierlichkeiten zur Bücherverbrennung, war unspektakulär, weil niemals vergessen, funktioniert er in diesem Land nicht so. Ist natürlich nicht ganz richtig, weil wir arbeiten ja aktuell jetzt gerade parlamentarisch-wissenschaftlich die Corona-Vorgänge auf. Das heißt, man könnte sagen, der Versöhnungsprozess hat begonnen. Na, mein Fehler, Versöhnungsprozess natürlich. Man hat ja quasi den Bock zum Gärtner gemacht und hat quasi eine Caroline Eckstadler, ihres Zeichens Verfassungsministerin, die ja gleich die eigene Bevölkerung ausschließen wollte aus dem eigenen Staatsgebiet, wenn sie denn nicht geimpft ist, und sich dafür durch hohen Alkoholkonsum bei mir in der Bar erfordert. Damit ist sie aber nicht allein. Ich hatte am Sonntag einen kleinen Zwischenfall. Ich hatte ja frei, ich habe mir ein anderwertiges Programm gemacht auf Romans Videos, könnt ihr das nachsehen. Wieder mal einen braven Untertanen gehabt, der mit 1,6 Promille quasi die Explodivbeamten angegriffen hat, nachdem er das Gartentor beschädigt hat. Dazu gibt es einen Pressebericht bei Salzburg24 irgendwo im Netz. Der Roman wird ihn nicht verlinken, weil es wird mal Zeit, dass die Leute selbstständig irgendwas rausfinden. Warum ich das sage, erkläre ich dann auch gleich. Sei es wie es sei, wir haben also jedenfalls heute mitten im Versöhnungsprozess, ah, falsch, Versöhnungsprozess, den 5. Mai 2023. Alles neu macht der Mai. Deswegen hat der Vizekanzler, ihr wisst schon, das ist der Herr Goglar, ja auch jetzt nach der Wahl festgestellt, etwas verspätet. Ich glaube, er hat ja noch ein bisschen an Kater auszuarbeiten. Ist aber nur meine persönliche Vermutung, dass die Wähler in Salzburg ja Klimawandelleugner wären. Ja, jetzt bin ich ja so mal wieder ein Leugner. Macht nichts. Hatten wir schon mal, wir waren ja Corona-Leugner und jetzt sind wir halt Klimawandelleugner. Ich weiß nicht, was ich noch alles Leugner bin. Und jedenfalls so tragisch kann das mit dem Klimawandel nicht werden, wenn ich mir anschaue, dass man in Salzburg, also im kommunistischen Salzburg, schwarze, was ich durchaus verstehen kann, es entspricht der Trauer, Blechfassaden an Häusernacht, harzt sie nicht auf, ist also quasi in Zeiten von Dürre und wir werden alle verglühen, sicher baulich, ein recht intelligentes Ding. Und dass unser Witzekanzler ja quasi verkürzt meine Initiative gegen Hass und Hetze gemacht hat, finde ich in Anbetracht der Tatsache, dass er uns ja schon als Neofaschisten, Staatsverweigerer und Rechtsradikale, die auf der Straße spazieren, spazieren, tituliert hat, jetzt quasi uns alle als Klimawandelleugner bezeichnet, sicher richtig. Also ich weiß ja als Bildungsferner nicht, was Hetze ist, aber einmal die eigenen Untertanen, also die Psoffenen, die da quasi Gurtenteel beschädigen im Rausch, weil der Kanzler gesagt hat, sie sollen sich ausoffen und Psychopharmaka nehmen, die Mischung macht blöd. Bei manchen kommt dann nur der vierte Booster dazu, aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls also, dass diese Untertanen sich weiterhin beschimpfen lassen, spricht auch für dieses Land, aber Freundschaft, Genossen, Freundschaft. Ja, und deswegen gehen wir jetzt einfach mal, um wieder dokumentieren zu können, was in diesem versammenscheinenden Land so passiert, festhalten können, einen Akku holen. Ich habe ja gesagt, ich werde den Max unterstützen, ich werde den Darian unterstützen und ich unterstütze natürlich den Roman, der ist heute einmal an der Kamera und hält mein Geprabel fest. Und ja, ich hätte einmal gesagt, nachdem wir uns jetzt im sonnigen Schatten des schwarzen Hauses, nein, es gehört wahrscheinlich nicht der ÖVB, aufgehalten haben, gehen wir jetzt einfach einmal zur Küche hinein und holen den Akku. Da kann man nämlich dann für kleines Geld, wie gesagt, den Roman unterstützen und das ist wichtig, weil sonst ist der wieder genötigt, in irgendeiner Form mit seinem Handy zu filmen und das hat leider Gottes letztendlich nicht so gut funktioniert. So, da sind wir einmal schon. Wir halten fest, wir haben eine unglaubliche Box von Groß Issi für 89 Euro im Barverkauf, weil nur Bares ist, war es, das Bargeld wird früh genug abgeschafft, da runtersetzen tut man die Mindest. Bargeldmenge ja schon auf, glaube ich, 7.000 Euro aktuell in EU-Plänen. Ja, dazu sage ich nichts. Ich war heute schon auf der Bank, und ich bin ja Kunde jenes Bankhauses, dass da kürzlich vom Herrn Selensky ein bisschen, ja, wie soll man sagen, Mitleidenschaft gezogen wurde. Wir haben da ein Video drüber gemacht, der Roman verlinkt es vielleicht. Ich war also heute bei der Raiffeisen für alle, die noch nicht wissen, worum es geht, und zwar einmal mehr aufgrund der Eröffnungszeiten im Hauptgebäude in der Schwarzstraße. Habe dort in der Tiefgarage geparkt, was ein schwieriges Unterfangen ist. Die haben nämlich für die ganzen vielen SUVs, und nein, so etwas fahre ich nicht, ich fahre ja nur Österreichs einziges politisch verfolgtes Fahrzeug, eine Bodenmarkierung, beziehungsweise tragende Säulen, dass man zwar in den Parkplatz reinfahren kann, ob er dann links und rechts erwartet hat und nicht mehr aussteigen kann, und durch Schiebetach quetscht nicht so ungern. Und dann geht man quasi, nachdem man einen Parkplatz gefunden hat, wo eine Parklücke so groß oder so frei war, dass daneben noch die Tür aufzumachen war, weil keine tragende Patonseile war, aber zum Aufgang und möchte dort quasi das Bankgebäude betreten. Ja, das ist eine elektronische Tür, die geht dann im vierten Untergeschoss gleich einmal nicht, wie es sei, die hat partiell schon einmal den Lockdown geübt, man geht dann also zu Fuß eine Targebene höher, nimmt dann die Tür dort, dann fährt man mit dem Lift, dann kommt man in den Empfangsfoyer-Bereich, da steckt man dann, weil Digitalisierung ja ganz wichtig ist, seine Kundenkarte in den Automaten umzuschauen, ob am fünften das Gehalt schon da ist, und wie viel Geld auf dem Konto ist, und da sagt dann der freundliche Automat, dann ganz nett, Service derzeit nicht verfügbar, da zieht man dann die Karte raus, geht zwei Geräte weiter, die Auswahl ist ja im Mutterfilialgebäude sehr groß, auch dort stecke ich meine Karte rein, und auch dort war der Service nicht verfügbar, scheint so, als wenn ich nicht die Genehmigung in der Generaldirektion gehabt hätte, ich habe dann direkt vor Ort am Schalter, den freundlichen Mitarbeiter, gefragt, was ich am Konto habe, der konnte diesen Service tatsächlich liefern, und ja, es war sehr schön, also Geld ist gekommen, deswegen können wir jetzt auch Romans Dinge kaufen, ich habe das Auto schon vollgetankt, ihr wisst ja, die Zahlen steigen wieder, aktuell mischen wir 10% Bioethanol, dem Sprit bei, und er kostet trotzdem noch über 1,60, ist sehr erhaben, wenn man da einmal sein Auto volltankt, und für knapp 60 Liter mal weit über 100 Euro zahlt, ist richtig toll, hebt die Laune, wenn man dann schon in der Tiefgarage seinen Kampf hatte, und am Schalter seinen Kampf hatte, macht aber nichts, wir sind jetzt gerüstet, und deswegen fahren wir jetzt ohne langes Geschwafel, fossile Brennstoffe verbrennend, weil wir sind ja Klimawandelleugner, ein herzliches Sigi Maurer an unseren Vizekanzler, nach Kaltenhausen, und was es dort zu sehen, zu bestaunen, und Tolles gibt, werdet ihr dann dort festhalten können, in diesem Sinne bin ich jetzt wieder raus, und ja, der Roman steigt dann wieder ein, wenn es was gibt, so, da haben wir jetzt einen ungeplanten Stopp am Weg, oder einen Überraschungsstopp, wir stehen, wie man an der Drehtür sieht, jetzt an einem unglaublich tollen Briefkasten vor dem Europark, da haben wir einmal das Matisic-Memoriam-Döschen erworben, eins für mich, eins für einen Überraschungsgast, der gleich dazu kommt, und eins für einen Roman, und ich habe mit Folgen festgestellt, es gibt jetzt eine Beware-Collection, in klassisch orange, vielleicht sollten wir da bei Zeiten einmal, ein bisschen, so Inmate-Design auf die Dose machen, anderes Thema, wir warten hier auf unseren Überraschungsgast, ich werde schon mal ein bisschen spoilern, der Überraschungsgast kommt gerade mit einer hübschen Lady aus der Drehtür, das ist unser Daria, hallo, nachdem der kunde Mann filmt, darf man dich mit aufs Bild, oder? Nein, aber ich stehe nicht aus, die Angst haben wir eh gerade, also neben uns total, ja, also, wir haben hier eine anonyme Spenderin, die den Darian unterstützen will, und sie will sich neben Romans und meiner unglaublichen Attraktivität nicht filmen lassen, das verstehe ich, wir finden es aber toll, dass sie den Darian unterstützt, und den Darian werden wir dann zum nächsten Stopp mitnehmen, deswegen treffen wir den hier, ich mache mir jetzt da die Memoriam-Dose auf, weil ich bin seit 10.30 Uhr in der Früh unterwegs, ohne Auftrag der Generaldirektion, mit Service, der nicht verfügbar ist, und, ja, wenig schlaft, viel ärger, ihr wisst ja, wir sind im korrupten und vertrottelten Österreich, und, deswegen, Prost, antialkoholisch, dafür reiße ich auch keine Gartentore aus der Verankerung, oder mache sonstigen Blödsinn, am Wochenende war ja, nein falsch, am Wochenstart, war ja unter anderem auch ganz toll, der 1. Mai, wo sich viele Österreicher traditionell in die sogenannte Nazi-Kluft geworfen haben, also das, was die nicht mehr wirklich relevanten Sozis gesagt haben, also die Vorstufe zu den Kommunisten, ist jetzt die mit der Joy halt, ich werde Kanzlerin, ist nichts draus worden, egal, jedenfalls, also für die war ja Tracht, oder ist ja Tracht, ein geheimer Nazi-Kart, und die Untertanen haben sich eben am 1. Mai traditionell in diesen Resskot geworfen, und haben sich dann trinkend, ringelreier tanzend, um irgendwelche Bäumchen gestarrt, um dann in weiterer Folge eben ihre großen Werte dieser Wahldemokratie zu feiern, den Patriotismus hochleben zu lassen, das Salzburger, das Tiroler und sonstiges Lied gut zu singen, und, ja, wie das die letzten drei Jahre ausgeschaut hat, weiß man ja eben, in diesem Sinne, bleib ich auch die alkoholisch. Der Roman steigt dann wieder ein, wenn es was Spannendes gibt, Prost! Soviel zum Tür, vor der Türsteher! Ja! Das ist die Post CO2-neutral! Ja! Wie der Roman festhält, haben wir auch hier ein schön gewaschenes, ordnungsgemäß am Vorplatz abgestelltes Polizeifahrzeug, da hinten haben wir auch das Wachzimmer, weil ich ja zuerst so ein bisschen darüber gesprochen habe, dass der Vizekanzler sich wieder geäußert hat, es gab jetzt noch langer Pause, ich vermute, es gab mal wieder einen sogenannten Strike und rTV-Regionalfernsehen durfte nichts posten auf YouTube oder nichts hochladen. 3. Mai, also dem Tag der Pressefreiheit, entschelden, wer Böses in Österreich dabei denkt, ihr wisst ja, Österreich bewegt sich, glaube ich, in Sachen Pressefreiheit irgendwo auf Platz 29 und ist damit, sofern es sich nicht verbessert hat, was mich schwer wundern würde, bei einer Haushaltsabgabe für einen ORF und einem Standard, der über Eiernockerl und den dazugehörigen Skandal berichtet, irgendwo hinter Namibien. Es gab eine Umfrage laut rTV und laut dieser Umfrage ist das Vertrauen in den ORF, in die EU und auch in die Regierung weiter gesunken. Nein, wer hätte das gedacht? Aber, weil wir hier gerade so schön vor einem sauberen Polizeiauto stehen, in die Blaulichtorganisationen, also da gehören jetzt quasi für alle, die es vergessen haben, verdrängt haben oder nicht glauben können, die Feuerwehr, die Polizei und das Rote Kreuz dazu, ist das Vertrauen gewachsen. Die haben jetzt anscheinend ein paar Prozent zugelegt. Finde ich in Anbetracht der Tatsache, dass sich die Exekutive, also quasi die Herrschaften mit den gut gewaschenen Autos, instrumentalisieren haben lassen, um in Verarlberg Warnschüsse abzugeben, um Leute einzusperren, weil sie unter freiem Himmel ohne Maske spaziert sind, die alte Damen am nassen Wiener Trottoir fixiert haben mit mehreren Beamten und dergleichen. Also die Liste ist lang, die gegen mich als Zulassungsbesitzer des ersten politisch verfolgten Fahrzeugs ermittelt haben und so weiter und so weiter. Ja, finde ich spannend, dass die jetzt besser dastehen. Ich finde es auch in Anbetracht an das Rote Kreuz sehr spannend, die ja quasi Impf- und Teststraßen gemacht haben und sich da einer ganz der Liebe zum Menschen verpflichtenden Maschinerie angeteilt haben. Gut, die Feuerwehr finde ich grundsätzlich toll. Ich meine, ich weiß zwar nicht, wie das jetzt ist, das sind, glaube ich, die einzigen, die noch vom Kankler, wenn er wieder mit seinem überteuerten, größten gecharterten Privatjet aus Afrika zurück ist, wo er sich noch als Häuptling feiern lassen kann. Bei uns geht das ja, wie gesagt, trotz 104 BR-Berater nicht mehr. Ob die dann quasi eine Verdienstmedaille bekommen, die Herrschaften vom Roten Kreuz haben ja schon einen Orden bekommen, der Roman wird es vielleicht einblenden. Weil das Schöne ist, die Feuerwehren machen hier, also die freiwilligen Feuerwehren, machen hier zur finanziellen Aufbesserung ihres Daseins für neues Material und so weiter, immer wieder so Bierzelte und Feuerwehrfesseln. Und nachdem der Alkohol ausgeschenkt wird, da sind wir wieder beim Ringel, Reiham und Maibaum und so Sachen, sind die ja ganz im Sinne des Krankens, weil ihr wisst ja Alkohol und Psychopharmaka. So, damit sind wir jetzt raus. Das Auto ist gewaschen, wir haben es kontrolliert. Wir begrüßen jetzt den anderen Straftäter höchstpersönlich mit einer Erfurt in einem Auber. Danke, Herr. Servus. Hi, Roman. Hey, Bro. Damit können wir uns am nächsten Stopp entgegen gehen und der Roman steigt dann wieder ein, wenn wir drei Klimawandel-Leugner, Corona-Leugner und Staatsverweigerer und alles, was der Vizekanzler sonst so gesagt hat, am Ziel sind. Jetzt geht es nach Kaltenhausen. Und zwar nicht wegen einem Bier. So viel sei schon mal gesagt. Folgt uns unauffällig. Ah, wir wollen uns aber nicht in Zoom hucken, oder? Ich meine, ich bin ein Nachtschatten-Gewächs. Das Begrüßungskomitee, Elvis. Das ist das Begrüßungskomitee. Das ist ein Mild. Der gewisse Junge da. Ich habe am Sonntag schon eine rote Birne gehabt. Mach mir auch gleich eines bereit, bitte. Auch mild? Ja. So. Ich unterstütze einfach die Wien überwachen, wisst ihr? Weil man muss nicht zusammenhalten und zusammenhelfen. Man kann es gar nicht kaufen. Es läuft, es läuft. Oder läuft es nicht, Elvis? Also wir haben da jetzt ein User-Guide. Da steht dann quasi drin, wie es funktioniert. Auf kleingedruckt chinesisch. Es steht auch sicher drin, auf deutsch. Es ist nämlich ja so, dass quasi da ein kleines Schächtelchen ist. Nämlich dieses. Leere Schächtelchen. Da wäre eigentlich das Kabel dran, mit dem man dann das vom Valentinos mühsam ausgeflätzelte Ladeteil an einen Stromkreis anstecken könnte, um dann die Akkus einzustecken. Also ich halte fest, wir haben jetzt 90 Euro für ein Ladegerät bezahlt, das ohne Kabel eigentlich nutzlos ist. Wobei so ein einzelner Akku 15 Euro, glaube ich, kostet hätte. Oder 19, ja. Die gehen davon aus, dass das jeder hat. Hast du sowas? Die gehen vom Preis jetzt gerade beide davon aus. Was kostet jetzt das alleine dann für sich? Für die Weltraumtechnologie muss man natürlich was hinblättern. Ja, da haben wir jetzt die Einführung. Das ist total toll. Da sieht man jetzt, um was es sich handelt. Es hat eine LED-Anzeige, es hat einen Akkuladesockel und es hat einen USB-C-Anschluss und es hat für eine Taste. Das Tolle ist Verwendung. Setzen Sie den Akku wie in der Abbildung unten gezeigt in die Akkuladesockel ein. Das müsste wenn in den heißen. Naja, gut, das haben Chinesen gemacht. Schließen Sie den USB-Adapter an den USB-C-Anschluss der Ladestation an, um den Ladevorgang zu starten. Ja, darauf bin ich total begeistert. Das ist drin, das steht in der Box. Und da ist das drin. Ja, das ist kein USB. Die gehen einfach da vorne aus, als das jeder schon hat, ja. Laut Justierung der Akkus, wie Sie drinnen sind, müssten sie voll sein, weil diese Transportbox der Akkus es so macht, dass wenn man den Akku rausnimmt und dann so rein tut, man auf diesen Hinweis gesondert ist, dass der Akku leer ist. Aber laut der Justierung dürfte der Akku voll sein. Das werde ich dann abtesten, nachdem ich die Aufnahme beende. Weil laut Hinweis, dieser Transportbox ist der Akku voll. Hier unten würde ich ihn jetzt so reintun, wäre er auf leer. Damit man dann weiß, was für ein Akku man in der Tasche hat. Das werden wir dann eruieren, nachdem ich die Aufnahme beende. Also ich bocke da jetzt eine leere Kabelding, die laut dieser Packung da gar nicht drin sein soll, aber extra rein verpackt wurde, nochmal ein. Ich tue da das Wartungsmanual in allen Sprachen der Welt hinein und ich tue da Müll rein, damit wir ordnungsgemäß sind. Irgendwie ist das ja auch ein tolles System. Ja, da braucht man ein Diplom dafür. Dann muss ich auf Pause machen. Ach, mach einfach zu. Passt schon. Ist ja nichts drinnen, was die Gegend drückt. Ist ja noch Luft zum zumachen? Aber ich glaube, wir haben da auch gleich gebraucht. somit beenden wir jetzt einmal wieder diese Information. Nein, ich stelle einfach fest, es ist einfach geil, wenn man bei den Chinesen irgendwas kauft. Da hat man Lieferzeiten von x Tagen, kriegt ein unvollständiges Teil und dafür zahlt man viel gehört. Richtig geil.